Hier geht es um die drei Elemente Widerstand, Spule und Kondensator oder Induktivität und Kapazität. Und zwar vor allen Dingen um die komplexe Wechselstromrechnung und die Zeiger. Fangen wir mal an mit dem Widerstand. So, da ist er schon, I und U. Und natürlich gilt das Ohmschulgesetz, U ist gleich R mal I. Und das gilt auch bei zeitabhängigen Größen, also U' mal Cosinus von Omega T ist gleich R mal I' mal Cosinus Omega T. So, und da kann man ja sofort herausfinden, dass I' gleich U' durch R ist oder jede andere Geschmacksrichtung. Und im komplexen kriegen wir dann raus, dass der Phase U gleich R mal I ist. Wie gesagt, ich mache keine Unterstriche unten drunter und U und I sind in Phase. Nun, um das schnell zu zeichnen. T, T, T halbe. Erst einmal die Spannung. So. U0 und das ist in blau U von T. Minus U0. Und der Strom, wie gesagt, in Phase. Ich mal ein etwas kleiner. Aber es ist ja sowieso ein vollkommen anderer Maßstab. Von daher. I' Dach, das ist I von T in Rot. Minus I' Dach. Und richtigerweise müsste man auch hier natürlich ein Dach angeben. So. Noch die Zeiger. Im Zeigerdiagramm. Ohne großem Maßstab. Auf der X-Achse der Realteil von U. Und nach oben J. Imaginärteil von U. Ist einfach nur ein flachliegender. Ich kann hier natürlich hinlegen, wo ich möchte. Ein flachliegender Zeiger. Und wenn ich den Strom noch reinpacke. Der Alter von I. J. Imaginärteil von I. Dann ist das hier. So. Der Zeiger. Wie gesagt, beide in Phase. Das nächste Element. Wird sein die Spule. I. U. Und da haben wir natürlich den Zusammenhang. über die Differenzialgleichung. U. Ist gleich L mal. Di. Nach dt. Und wenn wir jetzt ansetzen. Das ist vielleicht am einfachsten mit I anzufangen. I von T. Ist gleich I' Dach. Mal. Cosinus. Von Omega T. Dann bekommen wir hier. Aus dieser Differenzialgleichung. Und der Bildung des Differenzials raus. L mal I' Dach. Mal. D nach dt. Mal. Cosinus. Von Omega T. Den wir noch ableiten müssen. Den Cosinus. Der Ableiter von Cosinus. Ist der Minus Sinus. Und natürlich das Omega davor. Also Minus. Omega mal L. Mal I' Dach. Mal. Hm. Dummerweise jetzt Sinus. Omega T. Und das könnten wir schreiben. Als U' Dach. Mal. Sinus. Omega T. Oder auch. Als. U' Dach. Mal. Ja. Da machen wir ein Minus gleich davor. Dass wir es rausziehen können. Damit es eine positive Größe wird. mal Cosinus Omega T. Plus 90 Grad. Oder Pi Halbe. Je nachdem was man gerade so möchte. So. Das heißt. Wir können zusammenfassen. dass U' Dach gleich Omega mal L mal I' Dach ist. Das Omega mal L würde man auch gleich das XL nennen. Nämlich den Blindwiderstand der Spule. Und hier haben wir eine Phasendrehung von 90 Grad. So. Und das Ganze jetzt nochmal gezeichnet. Als schnelle Anzeichnung. Ähm. T Halbe T. Ich habe ja angefangen mit dem Strom. Also mache ich auch hier den Strom zuerst. Ähm. Die hatten wir schon. Nämlich hier. I von T. Und hatte den als Cosinus angesetzt. In etwa. I Dach. Minus I Dach. So. Jetzt müssen wir die Spannung noch dazu machen. Die Spannung wird zum Sinus. Aber eigentlich dem Minus Sinus. So. Ich mache sie jetzt hier mal ein bisschen kleiner. Wieder U Dach. Minus U Dach. Und hier nach oben angeben, worum es sich handelt. Naja. Was man jedenfalls sieht. ist, dass der Strom scheinbar ein bisschen später kommt. Wobei, wenn es schon immer da war und immer da sein wird. Was ist dann später oder früher? Nun, sei es drum. Wir haben hier die Phasendrehung von 90 Grad drin, die wir hier finden. Und wir können uns vorstellen, dass hier der Strom, der Strom läuft, der Spannung nach. I Dach als Eselsbrücke, Induktivität, I Dach, wenn man sich das merken möchte. Wie sieht das Zeigerdiagramm aus? So, einmal kurz gezeichnet. Ich fange wieder mit dem Strom an. Den lege ich auf die X-Achse. I. So, und dann habe ich 90 Grad Phasenwinkel zur Spannung. Das wäre hier. Hier sind die 90 Grad. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Drehrichtung hier so rum verläuft. Dann läuft auch hier I nach. Einsatz noch zum Blindwiderstand. den wir oben schon hingeschrieben haben mit XL gleich Omega L es ergibt sich auch ein Blindleitwert der da ist nämlich BL gleich Minus 1 durch Omega L und das Ganze möchte ich jetzt noch im Komplexen einmal kurz darstellen das habe ich nämlich an der Stelle noch versäumt gehabt wenn wir uns die komplexe Rechnung hier anschauen das Ergebnis ist ja im Prinzip schon vorweggenommen ich lasse es jetzt nur noch hier liegen dann hätten wir nämlich U von T ist gleich Realteil L mal D nach DT von I mal E hoch J Omega T und wir hätten da ausfolgernd U ist gleich J U ist gleich J Omega mal L mal E und wir kriegen eine komplexe Impedanz der Spule hin mit ZL gleich J Omega L gleich J xN xN so bleibt uns noch hier der Kondensator Schaltbild ist dieses hier I und U und es ist natürlich die Ladung gleich die Kapazität mal die Spannung beziehungsweise I ist gleich C mal D U nach DT ich beginne hier wieder mit U von T ist gleich U Dach mal Cosinus von Omega T das eingesetzt hier an der Stelle liefert dann I gleich Ableitung von Cosinus ist Minus Sinus Minus Omega mal C mal U Dach mal Sinus Omega T gleich I Dach mal Cosinus von Omega T plus 90 Grad was im Prinzip genau das gleiche ist wie wir es bei der Spule hatten ich zeige es hier nochmal bei der Spule sieht genauso aus nur dass U und I die Plätze getauscht haben das heißt also die Phasendrehung hier ist andersrum also Phase 90 Grad aber entgegen der Drehung bei Spule und das macht es auch aus bei diesen drei Elementen dass sie nämlich genau in die andere Richtung dreht so ich mache es gleich im Komplexen hier nämlich ein Realteil von I hoch J Omega T ist gleich Realteil von C mal D U nach D nach DT mal U mal E hoch J Omega T damit rutscht das nach vorne also gleich Realteil J Omega T mal U mal E hoch J Omega T das können wir als das I identifizieren hier als so weitgehend und dann kriegen wir raus I ist gleich J Omega T mal U wobei jetzt hier raus folgt dass die komplexe Admittanz hier ist Y gleich J Omega T und damit ist der Blindleitwert des Kondensators BC gleich Omega mal C und daraus folgt der Blindwiderstand das Kondensators ist XC gleich minus 1 durch Omega C dieses Minus wurde noch zusätzlich eingestreut kommt nämlich einfach daher dass wenn ich hier raus die Impedanz bestimme Z gleich 1 durch Y dann bekomme ich 1 durch J Omega C gleich minus J durch Omega C und dieses Minus hier ist genau das Minus das hier künstlich wieder erscheint so machen wir die Zeichnungen und den Diagrammen T groß T T halbe und da die Spannung und die Ströme ich fange wieder hier mit der Spannung an U von T den hatte ich ja auch als Cosinus die hatte ich als Cosinus angesetzt zack mit hier U Dach und Minus U Dach und dann kommt dabei raus der Strom noch so I von T I Dach minus I Dach hier haben wir wieder die 90 Grad Phasendrehung oder Pi halbe oder wie man das nennen möchte wo mache ich es hier rein nur diesmal andersherum diesmal ist es so dass die Spannung hinterher läuft man sollte sich bei Eselsbrücken immer nur eins merken ich empfehle sich das mit der Induktivität und dem I nachzumerken und dann einfach nur noch zu merken beim Kondensator ist halt andersrum deswegen führe ich hier keine zweite Eselsbrücke ein ich zeige aber noch die Zeiger so wie Alter von U J imaginärter von U den lege ich auf die X-Achse so und dann der Alter von I J imaginärter von I wäre hier wir finden hier wieder die 90 Grad Phasendrehung diesmal nur andersherum und wenn wir uns hier wieder die Drehrichtung Omega T vorstellen so da sieht man auch hier dass zuerst der Strom vorbeikommt und dann der Spannungszeiger hinterher läuft und dann r r r r r r r